Hans Beck ist ein deutscher Althistoriker. Hans Beck wurde 1997 an der Universität Erlangen-Nürnberg mit einer Arbeit zum Themapolis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert v. CHR Promoviert Danach war er an der Universität zu Köln wissenschaftlicher Assistent, später an der Universität Frankfurt am Main. In Köln habilitierte er sich 2004 mit der Arbeit Karriere und Hierarchie, die römische Aristokratie und die Anfänge des Kursus Honorum in der Mittleren Republik. Es folgte ein Aufenthalt am Center for Hellenic Studies in Washington, D.C. Mittlerweile lehrt Beck als Professor am Department of History and Classical Studies der MCG University in Montreal. Er ist dort Inhaber des John McNaughton Chair of Classics und Director of Classical Studies an der Faculty of Arts. Beck ist Spezialist für das klassische Griechenland und die römische Republik. Er befasst sich mit Regierungen und Föderationen in Griechenland, der politischen Kultur in Rom, der antiken Aristokratie sowie der antiken Geschichtsschreibung. Er zeichnet sich durch eine große Publikationstätigkeit aus allein zum Neuen Pauli, steuerte er zwischen 1998 und 2002 mehr als 80 Beiträge. Vor allem zur griechischen Geschichte, Posopografie und Geografie, bei darunter mehrere Hauptartikel. Er ist Mitherausgeber des Göttinger Forums für Altertumswissenschaft. Schriften, Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. J. D. T. V. C. H. R. Steiner, Stuttgart 1997 ISBN 3-515-071-17-2 Herausgeber mit Huwe Walter Die frühen römischen Historiker I. Von Fabius Pictor bis C. N. Gellius' Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2001 ISBN 3-534-14757 Ich sehe Book Edition 2003 Zweite überarbeitete Auflage 2005 Herausgeber mit Huwe Walter Die frühen römischen Historiker II. Von Koellius Antipater bis Pomponius Atticus Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2004 ISBN 3-534-147588 Karriere und Hierarchie Die römische Aristokratie und die Anfänge des Kursus Honorum in der Mittleren Republik Akademie Berlin 2005 ISBN 3-050041544 Herausgeber mit Peter Scholz und Uwe Walter Die Macht der wenigen Aristokratische Herrschaftspraxis, Kommunikation und edler Lebensstil in Antike und früher Neuzeit Oldenburg, München 2008 ISBN 978-3486587265 Mit John Buckler Herausgeber mit Hans-Ulrich Wiemann Feiern und Erinnern Geschichtsbilder im Spiegel Antiker Feste Verlag Antike Berlin 2009 Herausgeber mit Antonio Dupla, Francisco Pinapolo und Martin Jene Konsuzent Respublike O